Was man teilnehmen möchte, der wird da mit dem historischen Bus rauffahren ins Depot. Der Eisenhüttenberg ist einfach die Strecke, wo man rausfahren kann. Das ist ein Überland. Der Eisenhüttenberg ist einfach die Strecke und die Strecke und die Strecke und die Strecke. Der Eisenhüttenberg ist einfach die Strecke und die Strecke. Kaffee Und das ist schön. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020